Bist du ein Adams? Oh, Wednesday, ich möchte dich in ein kleines, weißes Häuschen sperren. Ich mag die Stelle mit dem Einsperren. Das Dinner, es geht zu schnell. Es geht nicht zu schnell! Ich muss mir einfach sicher sein, dass unsere Familie miteinander auskommt. Ziehen die gerade ein, oder was? Nein, Liebling, so lebt man in New York. Sag die Wahrheit, Wahrheit sei dein Gesetz. Schieß die Wahrheit mit dem Fußball ins Netz. Das ist Folter wie ein Einträgerzahn, ein Horrorszahn. Ja, der Tod steht um die Ecke. Lauert doch, dann schlägt er zu. Haarföhn in der Badewanne. Diese Todesart, find ich sehr smart. Wer haben Sie einen Raum für kleine Mädchen? Hatten wir. Wir haben Sie alle wieder laufen lassen. Ha, 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 ha! Und am Ende hat die Liebe gesiegt. Applaus Applaus Vielen Dank.